ja hallo und herzlich willkommen bei alessanderlp let's play trams in wien wir fahren mit der linie 71 wir rüsten erstmal den zug hier auf also wir fahren mit der typ b von ulf und ja wir rüsten mal alles auf schlüssel rei so den ding machen wir auch mal hier diesmal machen wir den scheibefischer an so hier machen wir das neben haben wir nicht viel zu hell so von wo fahren wir denn vor acht sprechen wir mal ab immer die uhr immer sieben dann passt das ihr zwölf uhr acht war doch einer jeder nicht klasse und immer ja acht uhr nee zwölf uhr acht war das wir haben mal zwölf uhr 13 sprung mal bis zwölf so genau und drücken mal auf eingaben wir nehmen einfach mal personalnummer lalala lala die 222 so zack gut liebe fahrgäste sie verzögern die abfahrt bitte halten sie den türbereich frei aber ja gut das ist ja klar ist ja oben gut nullstellung gut egal wir fahren jetzt einfach mal davor sagen wir haben wir schön den spiegel genau wir sind schon mal 0 sekunden zu spät so jetzt das ist die alte olf das ist die alte olf wir fahren gerade die neue er steht da 71 die linie die heute neu erschienen ist und ja ich würde mal sagen wir fahren glaube ich es rum oder links ich glaube links rechts ok ok schock und gut umsteigen zu u2 37 38 40 41 42 43 44 1a genau also die linie 71 ist heute erschienen und ja wir gucken uns jetzt die linie 71 mal an deswegen ist es auch ein let's play die linie 71 mal an die 1 guckt ihr könnt zum beispiel auch hier so wir brauchen das nicht bitte halten sie den türbereich frei ятся nicht alle anderen das gibt ja auch hier wäck im 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 die telefonierte was ist denn mit dem los ja ich hoffe dass die zwei leistungen heute haben euch gefallen also das erste mit dem busbetriebs similator multiplayer und den zweiten mit den repient was ich euch zeigen wollte also den mit den von fabrice erstmal dankeschön der stelle ist noch mal liebe fahrgäste sie verzögern die abfahrt bitte halten sie den türbereich frei parlament umsteigen zu zwei in richtung dornbach die u2z ist vorne uns wird aber ganz langsam los ja der auto war gerade vor ihr wir fahren in st martin platz oder so wie das heißt glaube ich oder max max genau vielleicht so Fotoverlettsplay-Fahrschau-Bild Einsteigend zu U3 46 49 48 A Ja, ansonsten gibt es ja nichts Neues Also jetzt heute mal mit Edith Repent und von Fabrice und so weiter und so fort Na ja, Datum stimmt aber glaube ich auch nicht, oder? Egal Ja, das ist schon mal bei Edith Wir fahren jetzt hier im Winter. Ich wollte auch mal, glaube ich, Schnee sehen. Deswegen habe ich das jetzt auch mal so ausgewählt. Oh, ho, ho, ho. Okay. Wie ihr auf der linken Seite gesehen habt, dann ist ein Auto hoch. Oh, Frankfurt hilft aus, bei Wien, vorne. Keine Ahnung, welche Linie. Nee, ich lasse dich hier nicht rein. Ah, ah. So. Hm, hm. Das kannst du dir abschminken. Das könnt ihr bei jemandem anderes machen, aber nicht bei mir. Oh, oh. Ja. Liebe Fahrgäste, Sie verzögern die Abfahrt. So. Bitte halten Sie den Türbereich frei. Oh, oh, oh. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Eskalation Eskalation Einsteigen, bitte! Liebe Fahrgäste, Sie verzögern die Abfahrt. Bitte halten Sie den Türbereich breit. Das war jetzt eine harte Knochen. Wir fahren jetzt geradeaus, die 1 fährt hier rechts runter. Genau, die 1 fährt hier, da, und wir fahren geradeaus. Schwerzenbergplatz Ihr könnt ja mal sagen, ob es realistisch hier ist. Ich komme ja nicht aus Wien, sondern ich komme aus... Wie ihr, das schon... Ja... Oh, wir sind hier an Angerspond, wie auch Kai. Ich glaube, wir müssen jetzt nach rechts fahren, oder? Ich glaube. Ich glaube, wir müssen nach rechts fahren, oder? Ja, ist richtig, ich fahre hier. Ich glaube, wir müssen nach rechts fahren, oder? Ich glaube, wir müssen nach rechts fahren, oder? Naja, wir wissen ja noch nicht, was nächste Jahr von Trams in Wien erscheint. Wir lassen uns überraschen. Verrückt machen brauchen wir ja uns nicht. Am Heumarkt. Geile Sache. Oh, das gab es einen Unfall. Das gab einen Unfall. Hier genauso. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Ne? Oh, Mann. Das war's für heute. So, und weiter geht's. Was ist hier los? Ja, ohne Kollision. Wäre hier schöner fahren, ey. Das muss ich so machen, weil der Auto hier vorne schläft. Ist eingeschlafen. Oder eingefroren. Das muss ich so machen. Rennweg, Umsteigungszug oben, 77 A, S-Bahn, Regionalzug. Schnell rüber. Wir haben nicht gesehen, was das war. Guck mal da, da springt ein Känguru rum. Boing, 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 boing. Oh, Mann. Boing, 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 boing. Boing, boing. Boing, boing, boing. Untertitelung des ZDF, 2020 Warum hat er Scheibe nicht aus? Liebe Fahrgäste, Sie verzögern die Abfahrt. Bitte halten Sie den Türbereich frei. Liebe Fahrgäste, Sie verzögern die Abfahrt. Bitte halten Sie den Türbereich frei. Bitte halten Sie den Türbereich frei. Bitte halten Sie den Türbereich frei. Ich wollte schon fragen, wann das losgeht. Bitte halten Sie den Türbereich frei. Gleisgasse. Bitte halten Sie den Türbereich frei. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Alter, 6 Minuten Verspätung Oberzeller Gasse Bitte seien Sie achtsam. Andere brauchen Ihren Sitzplatz vielleicht nicht weniger. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So, ab geht die Peter. St. Marks, umsteigen zu 18, 74 A, S-Bahn. Wir sind am Ziel. Auf Wiedersehen. Auch wir enden dort. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir doch einen Daumen nach oben. Schreibt auch einen Kommentar unter diesem Video. Besucht mich bei Facebook, wenn ich lasse auch an. Aber dann, ich sage dann Tschüss. Eher 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 Ich Ich Et Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 St. Marks 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 Ich denke mal, wir fahren rechts ab. Sankt Marx, umsteigen zu 18, 74 A, S-Bahn. Nicht schlecht. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020